hallo liebe freunde und kollegen worum geht es heute heute geht es um das rohrbiegen um die ganz einfachen basics wie stelle ich eine rohrbiegung 90 grad her erst mal worauf muss ich bei der biege maschine oder beim handbiegegerät achten und wo liegen natürlich die vorteile um die vorteile gleich mal aufzuzeigen die liegen natürlich darin nicht so eine bägung maßhaltig und ordentlich herstelle brauche ich keine fittings verwenden und ich kann vor allem auch das rohr sofort isolieren ich kann darauf verzichten bei einer druckprüfung eventuell undichtigkeiten zu sehen ich kann hier isolierung drüber schieben und brauche nichts mehr optisch nach kontrollieren was habe ich euch vorbereitet ich habe euch vorbereitet hier zwei unterschiedliche biege maschinen bzw biegelgeräte auf der linken seite ein elektrisches biegegerät und auf der rechten seite ein manuelles handbiegegerät dieses manuelle handbiegegerät hat den nachteil das geht nur in diesem fall für 15er kupfer präzisionsstahlrohr regelstahlrohr je nachdem was man hat also mit dem außendurchmesser von 15 mm dann habe ich mir ein paar probestücke her geschnitten das ist jetzt hier in dem fall c-stahl und um euch nur mal kurz zu demonstrieren wie das geht versuche ich jetzt mal hier dieses c-stahlrohr zu biegen das ist natürlich hart also wer schon mal c-stahlrohr verwendet hat dann tut man sich schon ziemlich hart machen wir schon den einen oder anderen bizeps der eine oder andere tag im fitnessstudio wird auch nicht schlecht jetzt brauche ich ein bisschen mehr platz um das vernünftig machen zu können damit ich eine seite abstütze um mal ein bisschen bewegung in das rohr einzubringen wenn man sich mit diesen geräten nicht auskennt mache ich jetzt erstmal hier eine probebiegung um zu sehen wie ich das überhaupt gerade faltenfrei rutscht das rohr nicht nach kann ich hier einen ganz normalen 90 grad bogen herstellen funktioniert ganz gut ist jetzt noch nicht maßhaltig oder so erst mal 90 grad 15er rohr wie sie wie sie funktioniert einwandfrei so und das ganze ist natürlich dann wesentlich einfacher vor allem auch noch dann bei größeren dimensionen wenn ich da eine biege maschine verwende die elektrisch funktioniert hier diese geht bis der einem druckmesser von 35 mm zum umstellhebel die eine richtung in die andere richtung beim ersten benutzen mal ausprobieren was bewegt sich hier überhaupt dass ich mir irgendwas ein klemmer oder druckmacher an meinen extremitäten da muss ich ganz kurz schauen wie bewegt sich das in welche richtung denn da dass ich irgendwo mit dem rohr anstoße irgendwas kaputt mache dann schaue ich wie geht das rohr rein dann die richtige richtige biege einsatz einstellen muss ich mich mit der mechanik der biege maschine kurz befassen kann ich sofort schauen rutscht das rohr nach oder nicht biege das wieder sauber bilden sich falten quetscht das in dem fall wahrscheinlich nicht weil es relativ neu ist so natürlich möchte ich maßhaltig biegen um so wenig wie möglich verschnitt zu haben sonst muss ich das rohr immer vorne und hinten abschneiden das nehme ich mir ein maß 20 cm oder 200 millimeter zeichne mir das an mit dem medding oder bleistift nur dass ich mal sehe wo muss dann die mitte meines bogens sein und jetzt gibt es dann je nachdem in welche richtung ich maßhaltig wiegen möchte ein vor und ein rückmaß aber das erkläre ich euch später weil ich kann ganz einfach feststellen wie groß das maß ist nämlich indem ich das rohr jetzt in die biege maschine einlege ins biege gerät und dann einfach über den biegeradius schaue und feststelle wo geht dieser biegeradius entlang das wären diese 20 mm hier oben weil sie einen schwarzen strich sind und die muss ich jetzt in richtung des biegeradius verschieben dann kann ich ungefähr abschätzen wo das auskommt das ganze das mitte bogen in dem fall bei 20 cm oder 200 mm da seht ihr das ist halt den meterstab hin ganz einfach das kann ich in der praxis auch so machen vollkommen wurscht aber wenn ich dieses maß habe das dürften jetzt in dem fall ungefähr 60 mm oder 6 cm sein dass man jetzt danach kann ich das ja schon beim maßantrag messen und anzeichnen dann kann man durchschauen sieht man sehr schön da kommen mit der bogen raus 90 grad dass ich nach seht ihr da 60 mm komisch das wird es keine absicht aber einfach nur so reingeschaut reingeschoben durchgeschaut und dann sehe ich dieses rückmaß im endeffekt und so lege ich das an das könnte ich mir jetzt hier nochmal anzeichnen theoretisch schreibe ich nochmal hin minus 60 für die die es noch nicht ganz verstanden haben und dann kann ich das biegen auf der biege maschine steht es natürlich auch wohlweislich und dann geht es los dann kann ich das maßhaltig biegen gehen so um ganz sicher zu gehen kann ich mir diese 60 mm nochmal am rohr anzeichnen damit ich sehe ob das rohr nicht verrutscht es gibt dann wieder spezialisten die nehmen dann biegespray dazu her was auch natürlich gut ist aber die sprühen dann die ganze maschine ein und dann wird das natürlich kompliziert das ganze also das rohr muss sich da oben in diesen halter einklemmen darf nicht verrutschen und ich darf eigentlich nur diesen schlitten mit ganz wenig ganz wenig biegespray oder mit ganz wenig minimal öl einsprühen damit er schön über das rohr gleitet also das darf dann nicht verrutschen an diesem biegegerät muss unbedingt darauf achten dass dieser strich dann übereinstimmt mit dem mit dem strich der da auf der biege maschine ist wo ich praktisch ansätze zum biegen so alles angezeichnet jetzt muss ich bloß noch das ganze rumzwirbeln und dann messe ich nach und welch ein wunder werden wir feststellen oder ihr werdet feststellen oder ich werdet auch feststellen dass man das maßhaltig biegen kann mit diesen 200 ja genau schöne 90 grad kann man schön am biegegerät schauen der griff zum rohr parallel verläuft das ist auch 90 grad einmal schön rumgezwirbelt und das sieht man jetzt nicht dieser zweite strich da oben das ist der mitte bogen ohne ohne tricks und ohne irgendwas habe ich hier diese 20 cm oder 200 mm zoomen auch ran damit ihr es auch noch mit überprüfen könnt damit ich euch hier nicht anrauche also alles easy 20 cm mit dem bogen es ist echt ein wunder so das komplizierte kommt jetzt erst noch nämlich den zweiten bogen maßhaltig an dieses rohr anzubringen so wie geht es jetzt weiter ich mache jetzt einen zweiten bogen entgegengesetzt meinetwegen ist vollkommen egal vollkommen wurscht auch bei 20 cm oder 200 mm zeige ich mich an nächste mit dem bogen gehe ich genauso vor schaue ich mir die mitte an das ist wahrscheinlich dann wieder 60 rückmaß und biegen wir und dann sollten sich normalerweise da von mitte bogen bis mitte bogen 20 cm oder 200 mm einstellen schauen wir mal was dabei rauskommt die und dann auf dem Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann hier noch einmal die Kontrolle, die ist natürlich klar, umso exakter ich da arbeite, umso exakter ich das abmesse, umso genauer kann ich natürlich arbeiten. Hier nochmal, da über diesen Biegeradius biege ich mein Rohr, da kommt dann mit dem Bogen 20 cm oder 200 mm aus. Das muss ich natürlich ein bisschen ausrichten, damit es auch wieder 90 Grad werden. Und, na gut, jetzt biegen wir ihn mal rum und dann messen wir nach. Mal anzeichnen, das kann ich ja gleich machen, ich brauche diese 20 gar nicht anzeichnen, das ist jetzt bloß die Basics, ich sage okay, hier kommt mein Bogen dann raus. Und wenn ich diese 6 cm in dem Fall gleich wieder wegrechne, dann brauche ich das gar nicht anzeichnen, die 200. Musik 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 So, einmal rumgezwirbelt den Bogen und jetzt noch ein bisschen Nachrichten. Ja, da muss man ein bisschen nachbiegen, das kann schon sein, so 100% bringt man das nicht hin, dass der zumindest achsensymmetrisch ist und dann nachmessen. Und ich hoffe, dass das jetzt die 20 cm hat, von Mitte Bogen bis Mitte Bogen, sieht man jetzt schon von Weitem, dass das funktioniert, ein bisschen ranzoomen als Beweis. So passt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Möge. 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 Wenn ihr das natürlich jetzt maßhaltig biegen wollt, 1-2 mm hin oder her, da muss man sich natürlich dann schon ein bisschen Mühe geben, das exakt ausmessen und vor allem 2-3 mal üben, dann funktioniert das auf jeden Fall. So, und dass das mit dieser Liegemaschine auch funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen, ist natürlich wesentlich einfacher vom Kraftaufwand. Ich stecke in die Steckdose und dann zwirbel ich das Rohr rum und fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Erstmal reinschauen, durchschauen, wo sind die 200 mm oder 20 cm. Hier ergibt sich ein anderer Biegeradius. Die Biegeradius sind hier 55 mm. Ist aber auch kein großes Problem, sag ich mir kurz an. Darf nicht verrutschen. Am besten wäre er vielleicht besser vorne an der Kralle. Die muss scharf sein und wenn die nicht scharf ist, haben wir hier keine Chance. Das Rohr muss richtig fest in der Biegemaschine sitzen. So, dann noch nachmessen und dann werden wir feststellen, oder ich werde feststellen, und ihr vielleicht auch, 20 cm, um dem Ganzen noch etwas Nachdruck zu verleihen, nehme ich einen Winkel und lege einen Anschlagwinkel ran, um das Ganze nochmal vernünftig zu beweisen. So, und das Ganze wie bei dem Handbieger, machen wir mal so einen S-Bogen. Auch wieder bei 200 mm, bevor ich euch dann noch ganz kurz was anderes zeigen möchte. Etwas exakter mit dem Winkel kann man das auch anzeichnen, ist aber für unsere Zwecke jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, einmal mit dem Winkel ordentlich anzeichnen, einmal rumzwirbeln und dann passt das. Jetzt bin ich schon schlauer geworden, gleich auf der anderen Seite auch noch anzeichnen. Und dann läuft das. So, und das Ganze war natürlich ein bisschen stärker. Ganz klar, wer will jetzt der Maschine beim Biegen zuschauen? Ein bisschen nachrichten, nachmessen und dann sind das 20 cm. Also, solche S-Bögen sind easy-beasy zu biegen. Und wenn man sich wirklich nur durchschaut, wo kommt der Bogen raus, müssen Sie das Rück- und das Vormaß beachten und dann läuft das. Dann kann man relativ genau biegen. Also, nicht lange nachdenken, sondern einfach bloß Mitte Bogen, Mitte Bogen anzeichnen, durchschauen durch das Biegegerät. Dann sieht man genau, da ist der Biegeradius, da kommt das Rohr raus, in der Mitte von dem Biegewerkzeug. Und dann hat man das alles ganz gut im Griff. So, sehr schön, nochmal davor sind es 20 cm. Einmal frei. So, dann kann ich natürlich weiterarbeiten. Dann kann ich ein U hinten ran biegen. Dazu muss ich euch ganz kurz was zählen. Und dann sitze ich so in der Arztpraxis rum, weil ich ja noch Organe verliere, wie ihr alle wisst. Und dann denke ich mir, wie und warum in Gottes Namen schließt man einen Heizkörper hier von unten an? Wenigstens in Edelstahlrohr. Aber da denkt sie ja, ah, Putzfrau muss putzen. Weil Edelstahlrohr ist ja weniger korrosionsgefährdend. Aber wie in alles, wie in Gottes Namen kann ich so einen Heizkörper anschließen? Das verstehe ich in 100 Jahren nicht. Könnte sich nochmal verboten. Diese Anschlüsse müssen von der Wand raus kommen. Dann brauche ich keinen Edelstahl zu verwenden. Und dann schaut es halt einfach gut aus. Und das mache ich, die einfachste Lösung ist, ich biege mir ein U. Schließe meine Heizungsleitungen an. Und alle auf dieser Erde sind zufrieden. Putzfrau, Bauherr, Bauherrin und vielleicht auch der liebe Heizungsbauer Gott. Diese Anschlüsse kann ich nämlich ganz einfach durchbiegen. Vor dem Putzen herstellen und so installieren, dass es auch hält. Ein bisschen mit der Schlitzfräse rausschneiden. Rausbrechen. Die Rohre mit Isolierung einsetzen. Lochband drüber. Fertig. Der Putzer haut ein bisschen Gewebe drüber. Dass das nicht reißt, das ist wichtig. Und dann sind das Top-Anschlüsse. Im Trockenbau ist es noch einfacher. Ja, um das Ganze rund zu machen, biege ich jetzt da noch ein U ran. Maßhaltig. Auch wieder mit dem Abstand 200. Wurscht. Ich habe halt die Reste übrig gehabt. Schnell ein U hinten ran. Mit 200. Und dann passt das also. Die Rohbiegerei ist easy-beasy. Da muss ich bloß kurz damit beschäftigen. Ich hatte jetzt 20 Minuten und dann seid ihr die vollen Biege-Profis. So, dass ihr auch seht, das geht mit dem dicken Rohr genauso. Hier habe ich ein 28er Kupferrohr. Ich schließe dann Pufferspeicher an. Das möchte ich bei einem 1,40 m biegen. Das geht praktisch hin an die Wand und an die Wand hoch. Das zeichne ich mir genauso an. 28er Rohr, 1,40 m ist natürlich schon Abstand. Und da geht es dann richtig Geld. Kostet dann wieder 10 Euro oder so, wenn es reicht. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen und das ordentlich machen, damit man da nichts wegschmeißen muss. Bei solchen Längen muss man natürlich aufpassen, dass nichts im Weg ist. Den Maschinen ein bisschen Platz schaffen. Und das ist eigentlich relativ überblieben. Da muss das Rohr einhängen. Dann brauche ich noch den Gegenhalter dazu. Den richtigen. Und genau dasselbe Prinzip wie bei dem 15er Rohr, da wo die Markierung ist. Theoretisch kann ich mir das dann über einen Biegeradius dann vorne bei der Null auch anzeichnen. Da ist extra an dem Biegeschenkel, an dem Roden ist auch extra eine Skala an, wo ich das dann anhalten kann. Sodass das auch immer 100% wird. Hier geht es nur um die Basics. Und wenn ich das einmal beherrsche, kann ich mir dann einen Weg suchen, wo das wirklich millimetergenau wird. Und das wird millimetergenau, wenn ich da vorne an diesem Gegenhalter, an diesem Roden, diese Markierung benutze. So, dann die Maschine umstellen. Dann den Bogen schön rumzwirbeln. Und für euch, ich messe extra noch nach. Normalerweise messe ich das gar nicht mehr nach. Wenn das auf jeden Fall passt. So, kurz nachmessen. 1,40m und frei. Kann ich das nächste anzeichnen und dann geht es weiter. So rein, wo ist das? So und jetzt noch eine kleine Zugabe für diejenigen, die Probleme haben mit dem Weichlöten. Erstmal grundsätzlich ist eine ordentliche Reinigung beider Stücke wichtig. Innen und außen. Genauso wie das Rohr außen. Innen der Fitting. Außen das Rohr schön mit dem Putzvlies. Mit dem sandigen. Dann kommt das Flussmittel drauf. Ist vollkommen wurscht welches man da nimmt. Das ist irgendein Hersteller vollkommen egal. Ob das Flussmittel. Ich mach das auf beide Flächen. Weil, na gut, wie soll ich das sagen. Weil es eigentlich ganz gut funktioniert in den letzten 40 Jahren. Schön dünn auftragen. Weil überall wo Flussmittel ist, fließt auch Lötzinn hin. Da kommt der Fitting drauf. Dann ist es vollkommen egal, ob der aus Messing, Rot, Guss oder Kupfer ist. Gut ist, wenn man da einen Eimer drunter stellt mit ein bisschen Wasser drin. Da werden in dem Fall Flussmittel oder Lötzinn runter tropfen. Das aufgefangen wird und das Wild in der Gegend rum spritzt. So, dann beide Seiten erwärmen. Gleich ein bisschen den Hampf mit entfernen, der da rüber steht. Jetzt schon das Flussmittel. Und wenn das Flussmittel jetzt, muss man sich aufpassen, die Färbung verändert wie jetzt. Es ist eigentlich schon fast heiß genug. Ein bisschen Lötzinn kurz probieren. Dann nochmal ein bisschen nachwärmen. Dann seht ihr schon, wie schön das Lötzinn verläuft. Dann gehe ich mit der Flamme nach unten. Dann läuft das durch die Kapillarwirkung wieder nach unten. Dann ein bisschen auf der Rohr-Hinterseite. Dann ein bisschen erwärmen und dann passt die Brillen. Also, wenn ihr mitgeht. Es dauert ein paar Sekunden eigentlich nur die Löterei. Das ist jetzt bloß noch Zusatz, Angst. Angst, Lötzinn, was jetzt noch draufkommt. Aber ansonsten ist das ein 28er Rohr. Bloß mal so. Weichlöten von einem 28er Rohr. Bei einem 15er Rohr geht es noch viel schneller. Ein großer Nachteil bei Löten ist natürlich, dass man das jetzt abkühlen muss. Und sauber machen. Damit man das Flussmittel richtig entfernt. Am besten innen und außen. Weil innen ist der Bartz dann auch drin. Weil es so schön war, nochmal das gleiche. Sauber machen. Schön Flussmittel drauf. Innen und außen. Und dann noch eine Lötung vornehmen. Das ist die andere Seite von dem Rohr. Muss jetzt am Speicher anschließen und an der Pumpengruppe. Und na gut. Dann war das eine relativ günstige Rohrverbindung. Ist natürlich jetzt nicht so komfortabel wie pressen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Weil pressen. Brauche ich das nicht abkühlen. Brauche ich nichts sauber machen. Und so. Dann mache ich mein Fitting drauf. Aber wenn ich mir so einen Übergang vorstelle. Der kostet mit Sicherheit 15 bis 20 Euro. 2 x 28. Und der hier kostet vielleicht 3 Euro. Und da kann man sich überlegen, ob man lödet oder die ganze Sache verpresst. So. Dann möchte ich euch noch zeigen, was für ein Barz drin ist. Also das ist schon das Flussmittel, was verbrannt ist. Das ist schon ein bisschen lästig. Also muss man unbedingt sauber machen. Entweder ausspülen oder auswaschen. Also da ist schon mächtig was drin. Das sammelt sich dann innen. Also das ist das, was man dann eigentlich gar nicht so sieht mehr. Muss auf jeden Fall raus und ausgewaschen werden. So. Dann war es das schon wieder für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie die Biegerei und das Löten funktioniert. Vielleicht auch dem Eider oder anderen die Angst davon nehmen. Das ist alles wirklich kein großes Problem. Also man muss das halt kurz ausprobieren, üben und dann ist das alles machbar. Also man muss es, aber probieren muss man es ganz einfach. Also dann, ich wünsche euch was. Servus und Ciao.